Der Kinocast Olympische Grüße zu dir, hallo Chris. Einen wunderschönen guten Tag, lieber Erik, hallo. Hallo und willkommen auch an alle ZuhörerInnen da draußen. Ich hoffe, ihr könnt euch kurz losreißen von dem Olympia-Programm und mal in unsere Sendung reinhören. Wir haben auch Filme für euch mitgebracht, nämlich aus der Sneak Preview und auch aus dem aktuellen Kinoprogramm die Deutsche Komödie 2 zu 1 hatten wir in der Sneak Preview der Innenstadtkinos der vergangenen Woche. Und dann haben wir beide, der Chris und ich, haben beide noch einen Film geschaut, der auf Netflix neu erschienen ist, auch Deutsche Komödie, Spieleabend. Ja, mal gucken, was uns noch so einfällt. Wir wollten es ja immer etwas kürzer halten, damit ihr hinterherkommt mit euren ganzen anderen Podcasts. Mit den News haben wir noch, ne? Ja, News, Charts, wie immer, das passt. Jetzt, fangen wir mal an. 2 zu 1. 2 zu 1 war ja der Tauschkurs der DDR-Mark in die D-Mark West damals. Das heißt, man durfte einen gewissen Betrag, eine ganz kleine Schwelle, ich glaube irgendwie so 1.000 Ostmark oder so, wenn ich mich recht erinnere, kann auch mehr gewesen sein. Man möge mich in den Kommentaren korrigieren, durfte man 1 zu 1 umtauschen und alles, was darüber ging, dann 2 zu 1. Also sprich, für eine Ostmark gab es zwei Westmark nebengekehrt. Also für zwei Ostmark gab es eine Westmark, was eigentlich nicht dem realen Wert entsprochen hat, weil eigentlich hätte es irgendwie so 1 zu 20 oder so sein wollen. Aber der Kohl hat sich ja so schnell wie möglich die Einheit kaufen und damit auch viel Schulden machen. Und deswegen 2 zu 1. Und der Film spielt so im Jahr 1990. Es wird mal ganz kurz die Fußball-WM thematisiert. Also wir befinden uns so ungefähr im Mai, Juni 1990. Und das war ja kurz vor der Währungsunion. Und viele oder die meisten Ostdeutschen hatten da schon ihr bisschen, was sie gespart hatten. Es war ja nicht viel, man hat nicht viel verdient, in Westgeld umgetauscht. Das wird im Film auch mal thematisiert, dass man jetzt Westgeld hat. Und die alten Ostmark-Scheine, die mussten ja irgendwo hin. Also die zurückgenommen wurden von den Banken. Und die hat man in ausgediente Militärdepots, Munitionsdepots, die da teilweise unter der Erde gelagert waren von der NVA, wurden die halt verbracht, um dort einfach zu verrotten. Man hat sie halt irgendwie mit Wasser besprüht, damit die irgendwie verrotten. War ja nur Papier. Und in dieser ganzen Umbruchszeit, dass natürlich auch die Bewachung von solchen Objekten nicht mehr so die schärfste war und so weiter, kommt halt so eine Gruppe von Freunden, die in einem Haus gemeinsam wohnen, auf die Idee, Mensch, wir können doch mal gucken, was die da treiben, weil sie sehen immer, dass da irgendwelche LKWs hinfahren in dieses Objekt, was sie noch kannten, wo sie sich als kleine Kinder immer mal irgendwo versteckt hatten. Und gehen dann halt da rein und stellen halt fest, oh, da ist ja Berge, Tonnen von Ostmark und sie nehmen sich erst mal so ein paar Millionen irgendwie mit in den Rucksäcken, so als Erinnerungsstücke. Und dann stellen sie fest, oh, Moment mal, man kann offensichtlich damit sogar noch was anfangen mit diesem Geld, denn es gab noch so verlängerte Fristen, teilweise für Westdeutsche, die konnten auch ein bisschen länger, ein bisschen später umtauschen und die sind natürlich dann als fliegende Händler in die DDR rein und haben, ja, irgendwelche Pfannensets und Töpfe und Mikrowellen oder sowas als fliegende Händler an der Tür verkauft, natürlich mit Gewinn gemacht, ne, und ja, und denen haben sie dann erst mal das verkauft, dann haben sie festgestellt, ach, Moment mal, es gibt ja Leute, die haben vielleicht noch nicht umgetauscht, weil sie, ja, sich nicht so mobil sind, weil sie sich nicht aus der Wohnung raus bewegen können oder sowas und die aktivieren sie dann nochmal und stellen auch noch mehr Sachen fest mit Leuten, die noch umtauschen können und weil natürlich das eine riesen Aktion ist, weihen sie eigentlich alle in ihrem Blog ein, dass dann jeder dort mitmacht und wollen dann halt auch das Geld, den Gewinn, den sie damit erzielen, dann auch für alle mitverwenden und ja, ich will mal nicht viel mehr erzählen, weil das ist auch ungefähr das, was da im Trailer rauskommt. Ich bin natürlich, ich habe ja die Zeit hautnah miterlebt und tatsächlich, dass die D-Mark, also die Scheine irgendwo eingelagert sind, das wusste ich jetzt nicht, war mir natürlich auch irgendwie klar, dass das irgendwo, aber tatsächlich bei mir in der Nähe, wo ich aufgewachsen bin, da haben sie das Münzgeld eingeschmolzen in so einer Metallverarbeitung. Da sind auch die Trucks immer hingefahren, aber das wurde natürlich dann sofort eingeschmolzen, weil das Metall war ja was wert und ja, war natürlich eine wilde Zeit damals und war sehr viel, nicht nur Ostalgie, auch Nostalgie drin in dem Film für mich jetzt. Chris, wie fandst du es denn? Du bist ja nun auf der anderen Seite der Mauer aufgewachsen und hast wahrscheinlich davon nicht viel mitbekommen, außer dass ihr vielleicht mal eine Klassenfahrt in den Wilden Osten gemacht habt. Tatsächlich weiß ich, dass wir mal mit dem Schulchor in Leipzig waren. Ja, ja, jahrelang. Lass mal was hören. Nee, danke. Das wollen wir alle nicht, aber ja. Ja, und deswegen da war, ja, das waren da die Berührungspunkte und halt sonst, was man so noch so mitbekommen hat. Nach Leipzig, nach der Wende. Leipzig, ja. Oh, das sah noch wild aus, ich kann mich erinnern. Ja, war es auch. War alles sehr verfallen und so. War es auch. Ja, aber so prinzipiell zum Film, das heißt, ich habe ja da ein bisschen einen anderen Blick dann drauf, weil ich da jetzt nicht so direkt betroffen war. Aber ich fand es als Zeitzeugnis, wie es ja dann im Endeffekt auch sein sollte, fand ich es ganz okay. Teilweise, ja, haben sich mir diese Familienverhältnisse erst so langsam erschlossen und dann auch gemerkt, ja, aber scheinbar ist das für alle cool. Also dann ist es halt cool. Und vieles, was, 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 ja, was ich eher so mau fand. Ich weiß, dass neben mir ein Erik saß, der die ganze Zeit so, und oh mein Gott, und ah, guck mal das, und ach, guck mal die Kona, und da haben sie das Getränk und oh ja, das hatten wir auch. Also für den Erik war es eine Zeitreise, wo man, glaube ich, sagen kann, dass sie es sehr akkurat und gemacht haben und sehr gut getroffen haben auch alles. War das meiste. Für mich war es tatsächlich ein bisschen belangloser. Und so würde ich tatsächlich den Film auch für mich einstufen. Also für mich war es eher, ja, ein Dahinplätscheln irgendwann mit der ganzen Story, die dann für mich sich ein bisschen in der Mitte so ein bisschen gezogen hat, wie so Kaugummi. Hinten raus fand ich es dann ein bisschen abgedreht und abgefreakt. Das war, glaube ich, dann nicht mehr nach dem Echten empfunden. Also, weiß ich, wie du das siehst. Ach so, das mit der, ja, da dachte ich auch, das ist ein bisschen komisch jetzt, aber die haben ja noch einen super Dreh gefunden, fand ich. Ja, die haben noch einen Dreh gefunden, das ist schon richtig, ja. Ich glaube, das war eher so eine Art Traumsequenz oder so. Aber auch da, auch für diesen Dreh hinten raus, fand ich es da auch dann tatsächlich wieder schwierig, weil das so ein bisschen dem widersprochen hat, für das, was sie vorher eingestanden sind. Aber, sei es drum, das sind Logiklücken, wie ich fand, die, ja, die halt den Film ganz unterhaltsam gemacht haben, an manchen Stellen, an manchen Stellen dann auch wieder so ein bisschen, hä? Also, manche, manche eine Rolle von handelnden Personen hat sich mir nicht so ganz erschlossen, dann so versucht, einem Charakter so ein bisschen Tiefe zu geben, aber im Endeffekt hat keiner wirklich Tiefe bekommen und, ja. Also, ich bin nicht so begeistert wie du, sagen wir es doch so. Okay, naja, muss ja auch nicht jeder Film jedem gefallen. Ich möchte noch was nachliefern, was ich vergessen habe, Darsteller. Hauptdarstellerin Sandra Hüller, bekannt aus The Zone of Interest oder Anatomie eines Falls, hier die Oscar-Filme. Und Max Riemelt auch mit dabei, Ronald Zerfeld, den ich sehr mag als Schauspieler, Ursula Werner, Peter Kort, Martin Brambach, also richtig viele gute Darsteller, die man schon durchaus mal gesehen hat. Regie Nadja Brunkhorst, da habe ich jetzt noch nicht so viel von ihr gehört und gesehen. Und was ich auch noch mit erwähnen möchte, was ich jetzt im Nachhinein erst so richtig rausgefunden habe, die Drehorte des Films. Da ist tatsächlich, du kannst dich doch an das Wohnhaus erinnern mit Sicherheit und diese verfallene Gaststätte, in der sie dann wieder aufmachen, das ist in Gera gedreht worden tatsächlich, in Gera Lusan. Das war quasi, ja, das gab es damals früher solche, man hat ja diese Wohngebiete so erschlossen und hat da eben ein bisschen was für die Leute mit hingebaut, sei es nur Gaststätten oder Sportanlagen oder sowas. Und das ist quasi so ein ausrangiertes Gebäude gewesen, was sie dann wiederbelebt haben. Und dann haben sie auch noch in der Stadt drin, in der ehemaligen SED-Zentrale, in der Nähe vom Bahnhof gedreht. Und dieses Munitionsdepot, ich hatte ja auch kurz gesagt, oh, das sieht aus wie die Mona in Hermsdorf. Diese Munitionsdepots, die sahen natürlich alle sehr, sehr ähnlich aus. Und die Mona in Hermsdorf war damals sehr bekannt, war ein geiler Techno-Club. So Anfang der 90er hatte man halt dieses alte Munitionsdepot, hatte man einfach DJ-Equipment rein und boxen und das war richtig cool. Das war es aber nicht, sondern tatsächlich in der Nähe, wo wir geheiratet haben, in der Nähe von der Leuchtenburg Richtung Jena, in Rotenstein ist dieses Munitionsdepot. Also quasi alles so Thüringer Ecke. Krass, das sollte aber ja verortet sein in Halberstadt, das Munitionsdepot. Da spielt ja auch die tatsächliche Geschichte, die da zugrunde liegt. Aber ansonsten war schon echt cool. Und auch, was du erwähnt hattest, so diese, was ich so gefeiert habe, also das ging los mit diesen Trinkbechern, die fast jeder hatte in der DDR, die so ein bisschen fliegenpilzmäßig aussah, mit so weißen Pünktchen drauf. Die gab es in verschiedenen Farben, über natürlich die Carina-Limo, die man als Kind hatte. Und da ist wirklich sehr viel Liebe zum Detail drin gewesen. Und das war jetzt nicht so präsent. Das war jetzt nicht so ein Goodbye-Lenin-Film, wo man wirklich so, ja, wir machen das. Und das hat damals so. Und nee, das war einfach so nebenbei. Die saßen irgendwo am Tisch und du hast halt da diese Limo- und Bierflaschen gesehen. Ja, genau so war das damals. Oder diese Hollywood-Schaukel, die die hatten. Und bis hin zu irgendwelchen Wäschekörben. Es war einfach, als hätten sie irgendein Nostalgie-Museum ausgeräumt und da losgelegt. Und ja, ich fand es cool. Trabis, Barkas, alles drin. Und ja, also mir hat der Film extrem gut gefallen. Also wirklich, da war alles drin. So voll von der Story her, dass es nicht so ein, ja, irgendwie so ein hingekünsteltes Ding war. Also mir hat es tatsächlich besser gefallen als Sonnenallee und Goodbye-Lenin, die beiden Filme. So auf dieser Ostalgie-Schwelle so ein bisschen. Und es hatte halt nicht so dieses, ja, früher war alles besser, was so bei Sonnenallee und Goodbye-Lenin mitschwingt. Sondern es war so dieses, ja, es war eine wilde Zeit damals. Es war aber auch irgendwie schön. Und man konnte halt echt viel machen. Wir haben ja damals auch, ja, sehr, sehr viele Sachen da gemacht. Und wir haben angefangen, wo es dann losging, dass man offiziell Westfernsehen haben durfte, haben wir in den Baumärkten diese Sets aus Satellitenantenne und Receiver besorgt und haben das bei Leuten auf die Dächer geschraubt für ein Taschengeld und so. Und ja, ja, das war schon geil damals. Und dann gab es ja auch endlich Computer, richtige Computer zu kaufen, nicht mehr diese KC85-3 aus der DDR. Und ja, ach, es war schon eine schöne Zeit damals. Aber halt nicht, in dem Film wird es halt auch nicht so verklärt dargestellt, wie jetzt bei Goodbye-Lenin oder bei Sonnenallee, sondern schon mit einer Portion Realismus, dass eben das auch Entlassungen gab, natürlich in Größenordnung, dass Ostbetriebe, die durchaus produziert haben für den Weltmarkt, dass die einfach verramscht worden sind für wenig Geld an irgendwelche dubiosen Westinvestoren und so. Das habe ich selber hautnah miterlebt bei uns in Gera, dass da teilweise für symbolische Kleinstbeträge da irgendwelche Betriebe verkauft wurden. Dann wurden einfach alle Leute rausgehauen. Teilweise tausend Leute standen von einem Tag auf dem anderen auf der Straße und dann hat der westdeutsche Investor einfach das Equipment, was da drin stand, irgendwo auf dem Gebrauchtmarkt verramscht und hat damit sein Geld gemacht. Und deswegen war auch damals sehr viel Unmut dann natürlich gegenüber solchen westdeutschen Investoren und steckt teilweise ja immer noch in manchen da drin im Osten. Aber ein toller Film, ich habe den auch empfohlen. Ich bin immer noch in so einem Gera-Ding, in so einer Gera-Gruppe auf Facebook. Da habe ich den auch wärmstens empfohlen. Ich hoffe, da sind einige reingegangen, denn es ist ja wie gesagt in Gera gedreht worden. Und ja, wenn ihr in Gera einen Film über so eine abgefuckte DDR-Siedlung drehen wollt, da findet ihr noch ein paar Drehorte. Nee, es gibt auch sehr, sehr schöne Ecken in Gera. Und es gibt gerade eine schöne Doku über Gera in der Mediathek, kann ich mal mit verlinken, über welche, die sich so diesem ganzen Rechtsruck entgegenstellen. Und ja, die werde ich mal mit verlinken. Aber ich merke schon, die hat es nicht ganz so. Ich meine, ist klar, das ist jetzt nicht so, wenn du es aus der Ferne betrachtest, denkst du, ja, das ist halt wie so eine lustige Geschichte. Aber ich habe halt sehr viel davon richtig gefühlt. Das war jetzt nicht so, dass ich es irgendwie falsch angefühlt habe. Ist ja auch manchmal bei Filmen, wo man denkt, ah, Moment mal, das war nicht so. Sondern hier wurde die Stimmung echt gut aufgegriffen von damals. Ich habe auch noch, also bei uns hat es auch ständig an der Tür geklingelt, irgendwelche Vertreter, die uns irgendwelche Messersets verkaufen wollten oder irgendwelche Teppiche. Oh, Teppiche. Was sind da Leute durchgezogen? Irgendwelche Teppiche. Und ich kenne auch welche, die haben sich da Teppiche, die haben sich da, ja, das ist ja sonst was, ein ganz teurer. Und da haben sie quasi ihr ganzes Geld. Und ja, der hat Wert. Und haben sich da auf den Tisch ziehen lassen. Ja, ich fand den sehr, sehr schön. Deswegen gucke gerade mal, was habe ich hier für eine Wertung. Ich glaube, ich gebe mal hier bei uns eine 8,5, weil der hat mir echt gut gefallen. Ich werde ihn auch bestimmt ein, zweimal nochmal gucken. Und jetzt bin ich mal auf deine Wertung gespannt. Die wahrscheinlich niedriger sein wird. Ich streiche die 8 und bleibe bei der 5 von 10. Alles klar. 5 Punkte. Obwohl, das sind ja 5 Punkte, finde ich fast schon ein bisschen. Aber du magst die Darstellung nicht. Das ist bei dir so ein Redshack, oder? Nein, das überstellst du mir jetzt mit Sandra Hüller. Ich mochte den Film nicht. Das hat mit Sandra Hüller nichts zu tun. Ich fand es süß, dass Olli Dietrich eine Nebenrolle hatte. Ah ja, den sieht man auch im Trailer, kann man verraten, ja. Ja, fand ich sehr schön. Sonst waren es ja auch sehr viele ostdeutsche Darsteller natürlich. Das fand ich auch sehr schön, dass man jetzt nicht angefangen hat, da nun die üblichen Verdächtigen wie Til Schweiger oder sowas da zu besetzen. Oh Gott. Empfehlung, läuft schon im Kino. Könnt ihr schon gucken. Wenn ihr jetzt die Sendung hört, sagt, oh, interessiert mich, dann geht rein. Wenn ihr sagt, wie der Christ, naja, dann könnt ihr vielleicht auf den Heimkino-Release irgendwo warten, vielleicht im Streaming oder sowas. War ja, ich glaube, das hast du nicht gesehen. Am Anfang stand da irgendwie produziert von Arte und von ZDF, wenn ich mich recht erinnere. Also könnte es sein, dass es dann auch relativ schnell dann irgendwo mal in den jeweiligen Programmen dann läuft. Und wenn ihr irgendwo aus dem Osten seid und das vielleicht mitgemacht habt, die Zeit, dann schaut euch das unbedingt mal an. Okay, ja, sind wir schon bei den Charts und bei den Neustarts. Warum ist das jetzt so laut gewesen? Das ist ja wahnsinnig. Weiß ich nicht, aber Sneak-Tipp für nächste Woche überspringen wir? Ja, es gibt jetzt keinen. Geht einfach mal an die Sneak, lasst euch überraschen. Nee, Quatsch. Stimmt, ja. Anni, machen wir erst mal jetzt, nee gut, hast recht. Machen wir den Sneak-Tipp und dann nachfeuere ich das Ding hier nochmal ab. Ja, okay. Tipp für die Sneak, nämlich 1227. Am 29.07. ist Erwartung und Enttäuschung. Und Erik, sind denn da Tipps eingegangen? Ja, haben wir ja jetzt auf Kinopcast.net und ich halte den Beitrag auch immer ganz, ganz oben. Das heißt, wenn ihr da drauf schaut, ihr habt den immer ganz oben, den Beitrag, einfach mal draufklicken und ihr dürft dort einfach in den normalen Kommentaren tippen. Und da sind Tipps eingegangen. Der erste ist tatsächlich von mir, Überraschung, und ich tippe den Film Berlin Nobody. Der ist auch schon von dem Filmverleiher uns nahegelegt worden, dass der ganz gut sein soll. Basiert wohl auf einem Bestseller. Und es geht darum, dass von jemandem die Tochter in so eine Sekte rein abrutscht und wo natürlich die Versprechen von dem, was da am Anfang getan wird und dem, was dann tatsächlich erst weit auseinander klafft, das könnte halt ganz gut passen. Das zweite ist, der Andreas hat, glaube ich, hat zum ersten Mal getippt. Ähm, der tippt auf Kuckoo. Ähm, ich habe auch den, den Trailer mal mit verlinkt gehabt. Ähm, habe ich aber noch nicht angeschaut. Weiß ich jetzt gerade nicht, worum es da geht. Aber ich, Psycho-Horror-Schocker irgendwie, ja, könnte passen. Dann der Alex hatte getippt, ähm, einen Film, der heißt Patagonia. Da hatte ich mal kurz reingeschaut. Allerdings ohne Ton hatte ich es mal kurz den Trailer durchgeskippt, weil ich da gerade nicht hören konnte. Ähm, weiß ich nicht, worum es da geht. Ich glaube, es ist eine gay Liebesbeziehung oder sowas. Und, ähm, dann hat der Martin noch getippt, einen Film. Den hatte ich schon vor ein paar Wochen mal für einen anderen Tipp geäußert gehabt. Nämlich, äh, The Dead Don't Hurt. Da geht es, glaube ich, um so einen wilden Westen, so einen Abgesang. So einen Film, das soll ganz gut sein. Bin ich gespannt, was davon dann kommt oder auch nicht. Weil 2 zu 1 wurde ja auch zum Beispiel, ach nee, wurde ja getippt. Ha, von wem denn noch? Von mir? Haha. Ähm, genau. 2 zu 1 wurde getippt. Mal gucken, ob diesmal auch was von den Tipps dabei ist in der Sneak Preview. Falls ihr sagt, ah, das könnte ja cool werden. Ich habe Zeit, ich habe Ferien. Jetzt sind ja Ferien und ich fahre vielleicht noch nicht weg. Dann sehen wir euch morgen am Montag, den 29.07. in den Innenstadtkinos Stuttgart. Da, ähm, geht ihr einfach rein, löst ein Ticket für die Sneak. Es fängt um 20.30 Uhr an, seid aber am besten 5 Minuten vorher da. Weil um 20.30 Uhr fängt meistens pünktlich eine Moderation an, wo ihr coole Sachen zu Filmen gewinnen könnt. Und T-Shirts und Poster und, ja, Schlüsselanhänger mit Yodas und sonst was, ja. Also, geht da mal rein. Jetzt sind Ferien. Das Kino ist auch klimatisiert und regenfest. Kann nichts passieren, egal wie das Wetter wird. So, und jetzt aber. Neustarts, oder? Habe ich was vergessen? Ja. So, dann, blum. Kino, Charts und Neustarts. So, ich habe mir heute in der Vorbereitung mal die Charts ein bisschen bereinigt. Ich fange aber mal mit der 6 an, weil das ein Film ist, den wir in der Sneak hatten, nämlich To the Moon. To the Moon, den wir auch sehr empfehlen können. Schöner Film jetzt für die lauen Sommertage. Soll ich weitermachen? Jetzt hast du mich echt überfordert. 5 ist der Führer und Verführer. Der Film, der eigentlich auch ganz gut sein soll. So, habe ich Gutes gehört. Ist jetzt auch schon die zweite Woche in den Charts. Also, die Gäste nehmen es an. Genau. Dann müsste der nächste sein. Oh Gott. Love. Was? Love, Life, Bleeding. Ja, ist die 4. Platz 4. Okay, Love, Life, Bleeding ist dann die 4. Okay. Und auf Platz 3 werdet ihr weggeweht aus dem Kino. Twisters ist nämlich im Kino. Und da würde ich euch empfehlen, ihr habt ja in den Innenstadtkinos die Möglichkeit, den Film in mehreren Vorstellungen zu sehen, in verschiedenen Sälen. Achtet darauf, dass ihr das im Atmos seht. Das soll wohl überragend gut sein, diese Soundabmischung. Wenn ich mich recht erinnere, der alte Twisters, der erste, der war ja auch für einen Oscar nominiert für die Soundeffekte. Und deswegen, also, Atmos ist da ein Muss. Platz 2. Sogenannte Atmos. Platz 2 würde ich jetzt sagen, alles steht Kopf 2. Das ist richtig. Genau. Hat übrigens weltweit sehr, sehr viel eingespielt dieses Jahr. Wird wahrscheinlich einer der Top-Filme des Kinojahres sein. Unter Platz 1 ist, ich einfach unverbesserlich, 4. Und wer vielleicht die Olympia-Eröffnung gesehen hat, da waren die Minions auch mit dabei. Denn das Produktionsstudio von Illumination hat auch eine Niederlassung in Frankreich. Und die machen nämlich diese Minions-Filme. Und deswegen war da auch ein sehr cooler Clip mit drin bei der Eröffnung. Okay, dann weitere. Ach nee, du hast hier eine News gerade reingehauen. Die war vorhin noch nicht drin. Jetzt hast du mich ganz durcheinander gebracht. Aber wir müssen ja noch die Neustarts besprechen. Die Neustarts, was haben wir da so im Angebot? Trap haben wir im Angebot. Der neue Psychothriller von M. Night Shyamalan. Ja, Robin möchte auch was sagen. Der während eines Konzerts spielt, wo draußen sich die Polizei positioniert ist. Die bauen eine Falle auf für einen Serienmörder oder Killer. Ja, das könnte natürlich auch auf den Tipp passen. Erwartungen versus Realität oder wie war der Tipp? Würde ich tatsächlich sehr gern sehen. Weil ich glaube nach... Erwartungen und Enttäuschung war der Tipp. Ja, nach The Visit hat er ja M. Night Shyamalan irgendwie wieder die Kurve gekriegt und macht wieder ganz okaye Filme. Deswegen, ich hatte den Trailer auch schon mal mit verlinkt auf kinokass.net. Würde ich tatsächlich gerne sehen, ja. Liebesbriefe aus Nizza, den hatten wir ja schon in der Sneak Preview gehabt. Der läuft jetzt am 1.8. an. Eine französische Liebeskomödie über 40 Jahre alte Liebesbriefe, die eine Ehe ins Wanken bringen. Also findet der Ehemann auf dem Dachboden irgendwelche alten Liebesbriefe von seiner Frau, die sehr, sehr schlüpfrig sind und stellt dann fest, oh Moment mal, das war ja während meiner Zeit beim Militär. Da war ich nicht da. Was ist da gewesen? Und ja, dann versuchen sie natürlich auch die Person ausfindig zu machen. Ja, kann man durchaus mal gucken. Vielleicht läuft es ja irgendwo in so einem Sommernachtskino-Dingsi da. Da passt es glaube ich ganz gut hin. Genau. Dann haben wir zwei Animationsfilme, die starten. Und zwar einmal ein klebriges Abenteuer. Davy Duck und Schweinchen Dick retten den Planeten. Und wir haben, ich glaube der Titel sagt schon alles. Und das andere ist, rettet Bikini Bottom, der Sandy Cheeks Film. Da wird es um Spongebob und alles gehen. Das ist ein Netflix Film, der allerdings kurz vor auch ins Kino kommen wird. Ja, ich wollte gerade sagen, also der Davy Duck weiß ich, dass der ins Kino kommt, aber der andere, der Spongebob Film, ich glaube nicht. Deswegen habe ich es zusammengefasst. Aber der Davy Duck sieht echt lustig aus. Habe ich den Trailer gesehen, dachte ich, ah, jetzt versuchen die auch noch irgendwas. Aber nee, das sieht gut aus. Ist ja auch schön, dass wieder, jetzt läuft ja alles, steht Kopf 2 und ich einfach unverbesserlich. Da bist du als Älternteil eh schon drin gewesen in den Filmen. Ist ganz gut, dass was nachkommt, wo du mit Kindern reingehen kannst, jetzt in Ferien. Nichts für Kinder in Ferien ist auf jeden Fall der Film Tatami, den wir auch in der Sneak Preview hatten. Hier wird hier tituliert bei Kino.de als politischer Sport-Thriller über eine iranische Judo-Kar, die bei der WM um Gold kämpfen will. Geht dann darum, dass sie während der WM, während sie den Turnierbaum sich nach oben kämpft, erfährt, dass sie aussteigen soll, weil sonst die Gefahr besteht, dass sie gegen einen israelischen Judo-Kar, gegen eine israelische Judo-Kar kämpfen soll. Und ja, dann nimmt man an, dass das vielleicht nicht so gut wäre. Dann haben wir noch Berlin-Nobody, der Mystery-Thriller mit Eric Banner und Sadie Zink. Als Vater-Doch-Tochter-Duo, die es mit einer unberechtbaren Sekte zu tun bekommt. Hm. Dann läuft noch an. Tage mit Nadira, ein deutsches Drama um einen deutschen Chauffeur und die Tochter eines wohlhabenden Geschäftsmanns aus Katar. Mhm. Jo. Ich glaube, das war's mit den Neustartens. Ja, das war's. Der Woche. Ist für jeden was dabei, ne? Für jeden was dabei. Ich überfliege mal ganz kurz, was so neu startet hier auf Netflix. Ist da irgendwie ein Film dabei, den man erwähnen könnte. Auf Paramount läuft jetzt neu Pulp Fiction. Also jetzt, wer den noch nicht gesehen hat. Ach ja, und genau, auf Amazon Video, Amazon Prime Video läuft jetzt der Film an. The Ministry of Ungentlemanly Warfare. Das soll so ein lustiger Kriegsfilm sein. Ja, ich hab den schon mal bei uns in die Gruppe reingestellt. Vielleicht schauen wir den bis nächste Woche mal so als Hausaufgabe, wo wir diese Woche den Film Spieleabend hatten. Wo der Chris mal reingeschaut hat. Ach nee, der hat noch eine News. Ach Gott, der bringt mich hier total durcheinander mit meinen Überleidungen. Machen wir deine News. News. Das ist ja brandaktuell. Ich glaub, ich hab's heute gesehen. Ja, es kam auch erst vor ein paar Stunden tatsächlich. Also ihr seid hier top, top informiert. Top, top, top. Absolut. Und zwar bei der Comic Con 2024 jetzt. Also wie gesagt, vor ein paar Stunden erst kam es raus. Man hat für Avengers 5 und Avengers 6, 6, 6, Avengers 6. Oh, I downloaded the wrong movie. Also für Avengers Doomsday und Avengers Secret Wars, die Titel sind gleich geblieben, hat man einen neuen Bösewicht, nachdem man da getauscht hat. Und zwar wird es, Dr. Doom wird es geben, der da in den Mittelpunkt rutscht. Und Dr. Doom wird porträtiert von, Trommelwirbel, Robert Downey Jr. Und da ist für mich so, weiß ich nicht, Digga. Also tatsächlich, er ist einfach für mich immer noch Iron Man. Er ist perfekt für die Iron Man Rolle. Keine Ahnung, wie sie das machen, wenn sie dann anfangen mit, ja, in einer anderen Zeit ist halt er zu Dr. Doom oder sowas geworden. Okay. Dann ist es so. Auf jeden Fall wird das der Ober-Ober-Bösewicht sein. Ich bin da wirklich so ein bisschen gezwiegespalten, weil zum einen, ich finde Robert Downey Jr. großartiger Schauspieler, brauchen wir nicht drüber reden. Der Iron Man perfekt gespielt hat in meinen Augen. Und jetzt eben als Dr. Doom und dann, wenn man mal überlegt, auf wen er eventuell, es ist ja noch nicht raus, wer dann diese neuen Avengers sind. Aber ich würde mal sagen, so in der Verlosung ist er Captain America in dem Fall. Also Sam, der kennt aber eigentlich auch Tony Stark und Spider-Man, der kennt auch Tony Stark. Also weiß ich nicht, schwierig, schwierig. Deswegen, ich bin gespannt, wie sie da den Kniff machen. Und sag's aber auch ehrlich, ich hätte mir wahrscheinlich jemanden anderen dafür gewünscht. Aber nun sei es so und wo Dr. Doom ist, da sind auch die Fantastic Four nicht mehr weit. Mal gucken. Ich hab da eine Vermutung. Also du musst ja, gerade bei solchen Top-Darstellern, wenn die irgendwo sind, dann ist natürlich das Augenmeer groß. Und vielleicht wird es ja sogar so sein, dass die gesagt haben, der macht Dr. Doom in Wirklichkeit, das ist doch wieder Iron Man, der dann auftritt. Und weil jetzt weiß jeder, ja gut, der dreht das ja da, okay, der fährt jetzt da hin und ist da an einem Dreh, okay. Ja, weißt du, wissen alle, ja okay, der hat ja gesagt, der ist da dabei, okay. Aber pass mal auf, der wird vielleicht am Ende dann plötzlich als Iron Man dann trotzdem auftritt. Ich glaube nicht, dass er jetzt plötzlich jetzt so völlig die Rollen wechselt. Das ist ja dann auch ein bisschen Käse, oder? Ja, das ist es ja. Also ich hab da so die Vermutung, wo ich, das erste, wo ich es gelesen hab, Dr. Doom spielt der, hab ich gedacht, ja, das passt doch nicht, das macht der bestimmt nicht. Also das ist bestimmt eine Finte, so ein Red Herring, den sie da irgendwo hinlegen, damit alle Leute wissen, okay, der ist jetzt da am Set, weil wenn den irgendjemand sieht, wenn er da ein Set fährt zu Avengers, dann ist gleich riesen Buhai. Okay, jetzt weiß aber jeder, okay, der spielt was anderes, okay, ja, kann sich das alles wieder abkühlen und dann sehen wir den Film auf einmal und es ist doch nicht Dr. Doom, hey, ihr habt es hier zuerst gehört, ja. Ja, wir werden es sehen, also wie gesagt, die News. Das war die News? Das war die News. Dann kommt jetzt der Spieleabend endlich, den ich drei oder vier Mal versucht hab, überzuleiten, wo ich dann jedes Mal festgestellt hab, es ist noch nicht dran. Denn, ja, du hast ja bei Spieleabend reingeschaut und hast schon mal so gedroppt, so, hey, das sieht ganz cool aus und dann hab ich ja gesagt, na, dann lass uns das mal alle gucken, alle zwei gucken. Na, Kate guckt ihn auch noch, das weiß ich nicht, das ist sicherer Quelle. Ja, aber dann ist der Film durch, für nächste Woche steht was anderes. Ja, trotzdem guckt sie ihn. Genau, ja, dann schieß mal los. Spieleabend, es heißt nichts anderes wie Axel Stein, Dennis Moyen, Janina Use, Stefan Luca, Anna-Maria Mühe, Tanisha Abt und Max Rätschneider, mehr oder weniger, sowie Edin Hasanovic treffen sich zu einem Spieleabend. Und zwar geht es um Pia, die gespielt wird von Janina Use, die lernt beim Spazierengegen mit dem Hund Jan kennen, der auch mit seinem Hund spazieren geht und sein Hund poppt den von Pia. Ja, und sofort funkt es zwischen den beiden eigentlich schon so ein bisschen, er hat einen Fahrradladen, ich sitze von einem Fahrradladen, sie hat ein Fotostudio, lädt ihn dann zum Fotoshooting ein und ja, long story short, die beiden kommen dann zusammen und das finde ich aber auch sehr, sehr angenehm, gleich schon mal gemacht, kann ich gleich schon mal im Film sagen, da ist schon so ein bisschen Fokus drauf, aber nicht so ein starker, oh mein Gott, ewig, langer, wir lernen uns jetzt kennen und da und sich was und blibblablub, sondern tatsächlich relativ kurz und knackig gehalten, was ich sehr begrüßt habe und dann geht es halt. Darf ich mal kurz einhaken, warte mal ganz kurz, weil wir sehen ja häufig so Kennenlernen in anderen Filmen, wo du denkst, oh Gott, der mit der und so. Also hier fand ich es echt süß dargestellt und auch irgendwie glaubwürdig, dass die zwei da zusammengekommen sind, also gerade weil ja später auch rauskommen, die sind ein bisschen aus unterschiedlichen Welten sind. Ich fand es ja echt schön dargestellt, mal dieses Kennenlernen. Ja, ne? Deswegen, also schon mal nicht schlecht und ja, dann kommt es eben dazu, dass Pia sagt, ja, an dem Abend kann ich nicht, da ist Spieleabend, aber kommt doch einfach mit. Und Jan lässt sich dann mehr oder weniger überreden, zu sagen, ja gut, kann damit eigentlich nicht so viel anfangen, aber ja, kommt dann mit, kriegt natürlich von seinem besten Kumpel und Mitbesitzer vom Fahrradladen Alex noch hilfreiche Tipps. So, ey, bringt der Gastgeberin noch ein Gastgeschenk mit, aber nicht zu billig, aber auch nicht zu teuer. Hier, wie wär's mit einem Fahrrad-Airbag? Und ich fand, ich finde ja ganz ehrlich, also Alex fand ich an der Rolle großartig. Den habe ich sehr, sehr gefeiert. Das ist so ein richtig süßer, bisschen vertrottelter, so einfacher Kerl, der aber das Herz komplett am rechten Fleck hat. Und er kommt dann dorthin, lernt dann Caro kennen, die ein, ich glaube, Möbelversandhaus oder die ist Designerin irgendwie und hat so einen Möbelversandhandel, der super erfolgreich läuft und verheiratet ist sie mit Axel Stein. Also mit, jetzt muss ich kurz überlegen, wie er hieß, Oliver, der Oliver und der ist Berufsschullehrer für Deutsch, müsste das auch noch sein. Und bei denen zu Hause wohnt noch der Bruder von Caro, nämlich Kurt oder wie ihn seine Freunde nennen dürfen, Kay, der so ein bisschen Langzeitstudent und so ein bisschen, ja, eher schräg ist. Und dann natürlich noch eine weitere Freundin, nämlich Shaila, die ist Apothekerin und die kennt die Mädels auch schon seit dem Kindergarten. Also die sind da schon ewig befreundet und die treffen sich dann zum Spieleabend, wo halt Jan der Neue ist und das läuft alles so ganz, ja, schon so ein bisschen schräg alles an, bis dann Matthias auf der Bühne steht. Und der ist nämlich der Ex-Freund von Pia und dann nimmt das Ganze einen sehr interessanten Verlauf, weil es geht das Verben um Pia los und blibblablub. Sehr viele skurrile Situationen, aber trotz allem sehr, sehr nett gemacht. Ein Kakadu spielt auch noch eine sehr zentrale Rolle, ein Kakadu mit dem schönen Namen Helmut Kohl. Ein Au-pair-Mädchen, das ich relativ bezaubernd fand, muss ich sagen, spielt noch eine Rolle und ein etwas abgefahrener Nachbar, der Nachbar Fieber, gespielt von Bernd Hölscher. Übrigens das Gabriela, das Au-pair-Mädchen von Alfonsina Ben-Kosme. Ja, insgesamt so ein bisschen kammerspielmäßig unterwegs, ich glaube, wenn es französisch gewesen wäre, hätte man gesagt, oh ja, das ist ganz witzig. So ist es eine deutsche Produktion, eine rein deutsche Produktion, die ich wirklich echt charmant fand mit ein paar sehr lustigen Szenen, ein paar witzigen Sachen. Es ist ein schöner Situationskomik und eigentlich ein Film, der keinem so wirklich wehtut. Ich weiß jetzt nicht, wie es dir geht, aber es waren Stereotype, Charaktere natürlich mit drin, ja, aber das fand ich voll in Ordnung in dem Fall. Ja, also das lebt natürlich von den ganzen Charakteren, die da mit in der Spielerunde sind und mit den absurden Situationen, die spielen ja auch verschiedene Spiele und er bringt auch eins mit und so. Und dass die natürlich aus einer völlig anderen Welt kommen, bringt natürlich Konfliktpotenzial. Und ja, also das, ich fand aber der Film hat nach und nach immer mehr abgenommen von der Art, wie es mir gefallen hat. Also da waren dann halt gerade während der Spiele, wenn dann der Exfreund da ist und so ein paar Cringe- und Fremdschämensituationen und so, das fand ich sehr unangenehm. Und dann bis hin zu dem Ende, wo sie dann, ja, das will ich nicht spoilern, aber da fand ich halt völlig drüber und so. Ja, es hat immer mehr abgenommen, der Film. Das ist so ein, ja, so ein typischer Netflix-Film, der einen so schnell reinholen will, so nach dem Motto, ich schaue doch mal rein, ah, der gefällt mir, ich gucke den. Und dann flacht er aber und Franz nach hinten zu immer weiter aus. Und du guckst ihn halt trotzdem fertig. Ja, aber ich fand es sehr okay, hat Spaß gemacht, den Film zu schauen. Ich sehe sogar, ich liege, glaube ich, sogar bei derselben Wertung, ja genau, ich gebe es gerade ein wie du. Also ich gebe dem Film 6,5 von 10 Punkten, kann man durchaus schauen. Coole Darsteller, auch die Nebencharaktere. Und, ja, dadurch, dass es kostenlos ist, wenn ich dafür Geld bezahlt hätte fürs Kino, wäre ich wahrscheinlich sehr kritisch gewesen. Ich denke, in der Sneak hätte er auch funktioniert. Ja, Sneak sowieso, ja. Deswegen, ja, aber ansonsten, von dem her, ich bin da auch bei 6,5, tut keinem weh, kann man mal anschauen. Solide deutsche Komödie mit eigentlich ganz coolen Schauspielern oder Darstellern, die echt ihre Rolle dann auch tragen. Die Playlist heißt Kinocast Songs und die dürft ihr auch gerne abonnieren auf Spotify, wenn ihr schon den Podcast abonniert habt. Dieser auch, da kommt jede Woche, kommen da neue Songs drauf. Und zwar habe ich da von The Dead South, The Hell Be In A Good Company. Das kommt bei 2 zu 1 und fand ich ziemlich cool. Auch der andere Soundtrack war sehr cool. Und, ja, schaut in die Shownotes. Ich werde diese Dokumentation auch mal mit verlinken. Findet ihr auf kinocast.net. Dort dürft ihr auch sehr gern einen Kommentar da lassen. Also, am besten dort. Da wird es am ehesten sichtbar für mich, weil wir sind ja auf allen möglichen Plattformen vertreten. Und wenn ihr da irgendwo in den Tiefen von irgendwas anderen einen Kommentar absetzt, ist es immer schwierig, den dann zu sehen. Aber bei Kinocast ploppt das immer sofort auf und kriegt eine E-Mail, wenn da jemand was kommentiert. Und, ja, dann sehen wir uns vielleicht morgen in der Sneak Preview. 20.30 Uhr in den Stuttgarter Innenstadtkinos. Und Chris seht ihr da auf jeden Fall. Der macht die Motivation. Ja, ich gehe davon aus, ja. Und verschenkt T-Shirts und so. Also nicht seine eigenen, sondern schöne Film-T-Shirts. Also, vielen Dank fürs Mitmachen. Bis dann. Tschüss. Auf Wiederhören. Bis bald im Kinocast. Untertitelung des ZDF für funk, 2017